Schlagerparadies, hier fühl ich mich wohl. Radio Schlagerparadies. Hallo zusammen, ich begrüße euch zum gefilmten Interview mit Radio Schlagerparadies und ich habe auch heute wieder einen tollen Gast bei mir und das ist niemand geringeres als Art Garfunkel Junior. Hi, Art hier. Der Art hat sich was ganz besonderes überlegt. Sein Papa hat nämlich Geburtstag, Art Garfunkel hat Geburtstag gehabt, so muss man sagen. Runde Nummer. 80 ist er geworden, ein tolles Alter. Und wie geht es ihm denn? Mein Vater ist richtig fit, also er ist voller Leben fit und will unbedingt viele neue Sachen tun in dem neues Jahr und er will reisen und auf Tournee. Ich wollte gerade sagen, er will wahrscheinlich mit dir auf Tour gehen, oder? Wegen dieser furchtbaren Covid-19 waren wir alle gebremst und jetzt will er loslegen. Jetzt will er loslegen. Die Zeit zurückkriegen ein bisschen. Glaubst du denn, du kriegst ihn dazu, dass du ein bisschen was aus diesem Album vielleicht mit ihm auf der Bühne singen kannst? Ja, schon. Er singt auf Englisch und ich auf Deutsch. Ich wollte gerade sagen, du musst ja dann den deutschen Part machen. Also auf dem Album ist es so, dass wir ganz tolle Titel haben, also es war ganz toll, es sind Welthits. Wir hören Welthits in deutscher Sprache und der Art hat sich das ausgedacht, sozusagen als kleines Geburtstagsgeschenk für seinen Papa und hat sich die Mühe gemacht und hat mit ganz vielen deutschen Schlagersängern zusammen Titel gesungen. Und zwar nicht irgendwelche Titel, sondern wirklich die Klopper, sage ich mal. Die echten Welthits von Art Carfunkel, von Simon und Carfunkel, so muss man sie richtig sagen. Das ist ja doch eigentlich Schlager. Ja, also mein Ansicht nach. Wenn du das sagst. Das sage ich. Also es passt auf jeden Fall. Ich will, dass jeder das hört, weil es ist so. Schlager gibt es ja nicht nur auf Deutsch, es kann auf Englisch sein, aber, 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 aber. Auch ein solches. Nicht aber, aber Simon Carfunkel, es ist ja da auch alles Schlager. Es ist alles Schlager, ja. Deswegen ist es ja so, das passt ja so perfekt. Ja. Ja, und der Art hat sich die Mühe gemacht und hat mal unsere Schlagersänger angefragt und hat gefragt, ob sie mit ihm so tolle Titel singen wie Bridge Over Troubled Water oder mit Eloy. Mit Cecilia. Ross Anthony. Also es ist, da ist ja ein toller Hit nach Boxa, ein toller Hit nach dem anderen. Und ihr müsst euch mal dieses Album antun. Da sind sie alle drauf. Alle tolle Titel von Simon and Carfunkel und. Und Solo. Ja, Art Carfunkel. Ah, haben wir ja auch noch, richtig. Bright Eyes, ne? Ja. Wie du, was ich mit Marianne Rosenberg sänge. Ja. Auch wirklich ein von meinen Lieblingsliedern auf dem Album. Ja. Also da habt ihr wirklich was ganz Tolles. Also diese wunderbaren Welthits in deutscher Sprache mit unseren tollen Schlagersängern und natürlich mit Art Carfunkel Junior. Das ist es in kurzen Worten. Jetzt bist du natürlich da, um dieses Album vorzustellen, aber wenn ich dich schon mal auf einer Couch neben mir habe. Ja. Ich habe viel über dich gelesen und gehört. Du bist ja nicht so der Mensch, der, sag ich mal, so ein echtes, wirkliches Zuhause hat. Du bist ja jemand, der gerne rumreist, habe ich gehört. Jetzt ist meine Frage, gibt es denn tatsächlich so ein Daheimpunkt für dich? Ja, also ich, Europa. Europa. Ich würde so antworten, Europa. Ich bin in Berlin basiert, aber ich bin ja eigentlich fast nur unterwegs. Also immer entweder mit Bahn oder mit meinem weißen Golfkombi auf der Autobahn. Fahr von A bis B bis C bis A und hin und her. Ja, aber Berlin, da hast du eine Wohnung? Ja, genau. Und hast du eine Couch? Das ist die erste Frage. Ich habe eine Couch, so eine ähnliche Farbe sogar. Jetzt hätten wir deinen Geschmack erahnt. Ja, ist so. Du benutzt die auch? Ja, ich nutze schon meine Wohnung. Es ist ja gemütlich, es ist nicht groß. Nicht groß, aber sehr schön. Und dass ich hier allein lebe, reicht mir völlig aus. Aber ich bin ja einer, ich habe dieser Treib in mir, dass ich muss ja immer in Bewegung bleiben. Aber ich bin meistens ja irgendwo mal in Deutschland, so Deutschland ist ja für Europa kein kleines Land. Also das ist ja Europa, wann man mal zusammen im Saarbrücken ist. Das ist ja ein Teil Europas und Berlin komplett anderer. Das ist wie Schweiz, Österreich, Osteuropa. Von Saarbrücken aus ist es ja echt nur noch ein Katzensprung bis in die anderen Länder. Das stimmt, man ist hier in Europa schon gut, man kann da gut unterwegs sein. Okay. Und wenn du dann nicht in Berlin bist und unterwegs bist, suchst du dir Hotels oder wie machst du es? Ich suche mir Hotels oder Camping oder mit Freunden. Ich habe viele Freunde in jeder Ecke Deutschlands, muss man mal ganz ehrlich sagen. Jede Ecke habe ich gute Freunde und Bekannter. Ja, ich finde mir immer einen Weg. Aber so richtig auf Reise, so Luxusmann bin ich überhaupt nicht. Liest du gar nicht? Nee, das interessiert mich nicht. Okay. Ich bin eher ein Bescheidener. Ich brauche die Basisachen und dann haut es hin. Man darf ja mal dazu sagen, dass der Mann nicht unvermögend ist. Also eigentlich ist der Papa nicht unvermögend, um es richtig zu stellen. Ja, ist ja seit 50 Jahren auf die Bühne. Ist ja? Da hat sich ein bisschen was angesammelt. Also dem Art geht es ja insgesamt nicht so schlecht, würde ich mal vorschlagen. Er geht sehr gut. Und du lebst aber auch von irgendwas. Du lebst ja nicht von deinem Papa. Nee, ich bin selbstständig. Mit was? Ja, ich habe ja mal die ein oder andere unternehmische Sachen, was ich seit längerer Zeit tue. Aber seit drei Jahren gebe ich ja wirklich fast Vollzeit Gast mit meiner Musik. Musik, das ist ja wirklich mein Herz. Das ist meine Leidenschaft. Musik war immer meine Leidenschaft. Ich singe auf die Bühne seit ich zwei Jahre alt bin. So ein kleiner oder sogar junger, fast so Zeugling mäßig. Immer mit meinen Eltern auf die Bühne war ich durch 56 Länder gereist. Und ja, Musik ist jetzt nun meine Vollzeitbeschäftigung und ich lebe davon und komme klar. Aber ich bin auch derjenige, wer nicht so viel braucht. Außer gute Freundschaft und ein buntes Leben und ein bisschen Reisen bewegen. Und ich sage immer, unten eine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und einen Kaffee zu kriegen. Das finde ich immer wichtig. Gute Kaffee, muss ja sein. Und ein Tee. Ja, siehst du. Ja. Wie sieht es denn aus mit der ganzen Unterwegsseinerei? Das hat ja auch Nachteile. Also du bist ja nirgends fest verwurzelt. Du hast, willst du auch mal eine eigene Familie gründen? Ist da auch mal so ein Gedanke dahinter? Ich würde gerne eine eigene Familie gründen. Ich würde ja gerne irgendwann eine Tochter haben. Weiß ich nicht, warum, aber Sohn wäre herrlich auch. Das muss der lieber Gott wissen. Ja, das würde ich schon gerne. Ich gebe dir recht, dass, wenn man allerdings als Künstler tätig ist oder immer in Bewegung ist, macht das die ganze Familiengeschichte schwieriger. Aber ich komme ja dann irgendwann mal dazu. Erstmal muss ich mal die richtige Mensch kennenlernen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, das kommt ja mal. Das kommt mal. Okay, da drücken wir mal die Daumen. Sollen wir mal einen kleinen Aufruf machen? Noch ist der Art. Ladies, ich bin Single. So. Also, Anschriften gerne zu uns, zu Radio Schlagerparadies. Wir leiten das weiter. Danke. So. Haben wir das auch geklärt. Ja, sonst bin ich auf... Na gut, dann machen wir so. Ja. Na klar, du bist ja auf allen Kanälen erreichbar. Instagram, ja. Findest. Das ist das, was man im Echten begegnet. Danke. Arth, wir haben über Familie gesprochen, wir haben über dein Zuhause gesprochen, wir haben über deine Reisen gesprochen. Was machst du, wenn du, oder anders gefragt, gibt es Hobbys, hast du Hobbys? Ich habe Hobbys, ja, also ein Hobby ist ja nämlich Reisen, weil ich reise mittlerweile hauptsächlich geschäftlich, aber sonst auch gerne privat. Ich entdecke neue Sehenswürdigkeiten, neue Länder, neue Kulturen. Das ist ja auch ein Hauptgrund, warum ich in Europa lebe seit so vielen Jahren. Weil du kannst ja, also einen Katzensprung, also fürs Ami, Amerika-Mastab, ist das wirklich alles ein Katzensprung hier in Europa. Aber ich steige in mein Auto ein und paar Stunden später bin ich in komplett anderes Kultur, mit einer anderen Sprache und alles drum dran. Aber, was war die Frage? Die Frage ist Hobbys. Hobbys, Wandern. Wandern. Ich liebe Wandern. Okay. Das ist auch eine Sache, was ich wahrscheinlich von meinem Vater geerbt habe, weil er liebt Wandern und Langlaufen und so weiter. Bist du denn da mit ihm auch schon unterwegs gewesen? Sehr, sehr viel. Ja, viel in den USA gelaufen, weil das hat er immer getan und dann war ich ja oft mit als Begleiter. Nicht während der Schulzeit. Das ist doch super. Da war er streng. Da kriegt man schon eine gute Bindung zu seinem Papa, oder? Ja. Wenn man immer miteinander läuft. Die allerschönsten Momente, was ich mit meinem Papa bisher gehabt habe, waren immer auf die Bühne zusammen, wenn wir singen. Okay. Also ich, früher er mit seinem Gesenkspartner Paul Simon, er, mein Vater, Zweitstimme gesungen und Paul, den, wie sagt man, die Hauptstimme. Die Hauptstimme. Die Stimme. Hauptstimme. Aber mittlerweile ist es jetzt andersrum. Oh, ja, genau. Ja, singt er die Hauptstimme und ich die zweite Stimme, weil natürlich mit die Zeit, mein Papa ist ja nicht mehr 30 und da wird die Stimme einen kleinen Tick tiefer. Und kerniger, was für meinen Vater eigentlich sehr schön ist. Du kannst ziemlich hoch singen, habe ich eben schon gehört. Ja, doch, sehr hoch singen. Genau, ja, sehr gut. Aber tiefer auch ein bisschen. Das sind so eure Momente. Aber laufen auch. Welche Momente hast du mit deiner Mutter? Mit meiner Mutter habe ich ganz andere Erlebnisse und Momente, weil die ist ein komplett anderer Typ als mein Vater, aber genauso wunderbar und toll. Ja, meine Mutter und ich gehen gerne so mal zum Broadway-Shows in New York oder in der Stadt ein bisschen Fenster shoppen, aber nicht unbedingt was kaufen, aber mal gucken oder so. Oder ja, zu der einen oder andere Event. Oder wir gehen auf so lustige Reise nach Florida, so tropisch oder Strand, so schöne Dinge, was so ein bisschen anders angehaften. Ein bisschen anders als für den Papa. Ja, ja. Du hast ja auch noch einen Bruder. Ich habe einen 15-Jährigen-Alter-Bruder. Ja. Und seht ihr euch als Familie an bestimmten Tagen, wie jetzt zum Beispiel Weihnachten steht vor der Tür, seht ihr euch da alle zusammen auch? Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne da hinfliegen, allerdings nach Florida, weil meine Oma hat, also die lebt da teilweise. Und da werden wir Weihnachten feiern. Unter der Sonne Florida. Unter der Sonne. Das ist ja nicht typisch. Aber man muss ja sagen, ich weiß nicht, wie es hier war in Saarbrücken, aber zumindest im Norden gab es ja seit ganz vielen Jahren leider keinen Schnee mehr zur Weihnachtszeit. 2012 oder so war. Doch, wir hatten aber letztes Jahr. Das ist ja noch wunderbar. Aber natürlich gab es ja in den USA häufiger Schnee, allerdings nicht in Florida. Und deswegen bin ich ja in der Regel immer zur Weihnachtszeit in den USA. Letztes Jahr war ich in Minnesota. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Minnesota. Das ist so eine nötliche Stadt. Und da gibt es fast jedes Jahr weißen Schnee wie ein Traum. Und das gehört ja eigentlich dazu. Eigentlich schon, ja. Aber ihr macht es dann dieses Jahr noch? Das ist ja tropische Weihnachtszeit. Tropische Weihnachtszeit. Truppe de Santo Claus. Und du hast keine Probleme hin und her zu reisen in die USA und zurück unter diesen momentanen Umständen? Es ist eine sehr ernsthafte Sache. Ich bin vollständig geimpft mit Biontech und das habe ich ja relativ früh angemacht, sobald ich die Möglichkeit hatte, meine Zielgruppe kam, dann habe ich das sofort gemacht. Und ich nutze alle, also ich tue alle Maßnahmen, was ich kann, um mich zu schützen. Es ist sehr, sehr schwierig und nicht schön. Aber man muss ja solidarisch sein und mitmachen. Richtig, ja. Meinen Ansicht nach. Ja. Aber trotzdem war ich ja schon ab und zu mit Maske und Handschuhen und alles drum dran doch dahin geflogen. Das werde ich ja wieder tun. Und wenn du dann wieder zurück bist, hast du denn für Deutschland eine Tour geplant oder habt ihr die Tour nur in Amerika geplant? Ich habe die eine oder andere Sache jetzt mal im Arbeiten, das müssen wir gucken, vor der Kanne, sollte kommen. Im Dezember, CDF, das ist eine tolle Sache. Ich bin ja auch ein Frühstücksmensch, also das bringt mir mal voll der Glückshormone, so was wir machen. Mal gucken und sonst, also Tournee-mäßig, auch Sachen geplant, interessante, aber da muss man schauen, weil Corona ist schwierig. Das können wir nicht schätzen, was kommt. Ja. Leider. Das ist für uns Künstler nicht einfach. Genau, das ist richtig. Kommt klar. So, umso wichtiger ist es, dass ihr CDs verkauft. Ihr müsst ja von irgendwas, also die Künstler im Moment leben, weil auf die Bühne können sie im Moment nicht so besonders gut. Deshalb gibt es auch so tolle Alben wie zum Beispiel dieses. Ich finde, es wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk. Das stimmt. Das ist aber auch ein tolles Ostergeschenk. Wie du. Es ist ein Album mit Welthits von Simon & Garfunkel. Art Garfunkel Junior hat es mit vielen bekannten Künstlern aus der Schlager-Szene neu aufgenommen. In deutscher Sprache kann es euch nur noch mal ans Herz legen. In diesem Sinne. Wir haben noch ein paar andere Dinge hier bei Radio Schlagerparadies vor. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich höre immer Schlagerparadies. Und das seit Jahren. Wie gesagt, ich bin immer in Bewegung und fahre gerne Auto. Und dann habe ich ja immer, nicht nur Auto, ich habe es auch mein Radio zu Hause, mein DAP-Radio. Vorbildlich. Aber ich höre immer Schlagerparadies. Ja, toll. Was sonst? Was sonst? Also das ist ja meine Wahrheit. Ganz unsere Meinung. Also solche Gäste haben wir immer gerne hier bei Radio Schlagerparadies. Vielen Dank für deinen Besuch hier. Herzlichen Dank. Wir sagen mal Tschüss an unsere Zuschauer. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Hier fühl ich mich wohl.